19. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Weihnachten in Polen und Flandern von Alfons Petzold Im polnischen und flandrischen Land hat alle Christbäume der Krieg verbrannt. Was tun die Soldaten und anderen Leute? Heute? Am Weihnachtsabend sitzen sie stumm um eine armselige Kerze herum? Seltsames Bild, was du kannst sehen. Hunderttausende auf den Straßen stehen. Hunderttausende blicken aus Fenster und Tor zum abendlichen Himmel empor Und sehen mit leuchtenden Augen zu, wie Englein um Englein in aller Ruh Die himmlischen Kerzen anzünden und fröhlich künden. Kriegsleute hier in Polen und Flandern, die ihr nicht könnt in die Heimat wandern, Ihr Bürger, Arbeiter und Bauern hinter den halb zerschossenen Mauern, Lasse das trauern und blickt in den Schein der Weihnachtssterne Gottes hinein. Was ihr in ihren Flammen erkennt, ist Liebe, die ewig leuchtet und brennt, Und die euch, mitten in Not und Grauen, lässt den Frieden der Zukunft schauen. Im polnischen und flandrischen Land hat alle Christbäume der Krieg verbrannt. Ende von Weihnachten in Polen und Flandern Hönder Vielen Dank.